Eine Sache, die unheimlich nervig ist, die mir in Deutschland schon unheimlich auf den Senkel geht, ist, wenn du Menschen hast, die überall ihre Spuren hinterlassen müssen. Selbst in Kanada ist es so, dass du immer wieder Reste, Überreste menschlicher Zivilisationen findest und das geht mir ganz einfach unheimlich gegen Strich. Also, bitte Leute, denkt dran, wenn ihr unterwegs seid, hinterlasst nicht so einen Schrott, ich kann nicht überall hinterher tanzen und alles aufräumen. Wir räumen uns gleich mal weg, dass wir auf jeden Fall ein bisschen Beitrag dazu geleistet haben, dass das hier ein sauberes Land bleibt. Ekelhaft.